Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin oft mit Nico, aber er antwortet mir einfach nicht, was? Er braucht Hilfe, er braucht eine Therapie, irgendwas. Er braucht Freunde. Aber Nico ist nicht normal. Wir brauchen dringend eine Hilfe. Du verschwindest einfach so, 15 Jahre lang und das ist alles. Keine Erklärung, gar nichts. Wir können nicht mehr. Ein Irrenarzt bestätigt, dass ich verrückt bin? Spielen Sie Schachpsycho? In zwei Minuten habe ich Sie abgezogen. Man sieht, du spielst gern Schach. Spielen Sie! Hören Sie auf mich einzulegen! Es kann dauern, bis die Therapie greift. Ich möchte nur das Beste für meinen Sohn und auch für meine Familie. Machen Sie aus mir einen Großmeister. Ich mag den Jungen nicht besonders. Er ist gefährlich. Okay, dann ist er eben gefährlich. Aber die Frage ist, warum? Vielleicht braucht er ja ganz was anderes. Carlos, hör bitte auf! Sondern eine ordentliche Abreibung. Carlos! Pass auf! Langsam reicht's mir, du kleine Stillscheiße! Ich entscheide, wie's weitergeht. Nico kommt in ein Internat. Ich weiß jetzt, was mit Nico ist. Ich habe nicht daran geglaubt. Ich dachte, der Junge macht sich lustig über dich. Coral, mach die verdammte Tür auf! Gefällt sie? Die Königin? Verraten Sie es mir? Zu spät? Schon tot?